Also man kann es auch langsamer machen. Ich will jetzt um was rumzureden. Ja, sag mal, was heißt das jetzt? Was musst du für eine Therapie machen? Die mache ich ja schon, die mache ich ja schon lange. Und jetzt ist es im Debatt schon. Ihr Kuh oder was? Die mache ich schon lange. Man irret. Irret den Bäcker, heißt das. Aber da sind das Eiersteller. Die Lungen so klein. Die roten. Ja, genau. Der teuerste Schwanz. Weh. Da kannst du jetzt aber nicht veröffnen, da ist ein Patient im Geheimnis und so.